Herzlich Willkommen im Innergebirgsstudio. Wir machen das Format, das wir heute machen. Es geht darum, interessante Aktionen aus der Region, für die Region vorzustellen. Und ich freue mich voll, dass heute die Johanna bei uns ist. Die Johanna Neumeyer, die eine ganz interessante Geschichte hat. Johanna, ich würde dich einmal bitten, loszulegen. Und die erste Frage bei uns ist immer, wer bist du, woher kommst du und was machst du so? Lieber Franz, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf. Für die, die mich nicht kennen, das werden in dem Fall doch einige sein, außerhalb von Pinzgau. Ich bin gebürtige Meishofnerin, war nach meiner schulischen Ausbildung zehn Jahre weg aus dem Pinzgau, in Salzburg in der Landesregierung und in Wien in der Bundesregierung. Und darf jetzt seit fünf Jahren in Pinzgau die Wirtschaftsplattform mit dem Namen komm, bleib, arbeiten und leben in Pinzgau leiten. Vielleicht noch kurz zu deiner Ausbildung oder beziehungsweise kannst du ein bisschen erzählen, was du in Wien so gemacht hast, weil bei uns sind viele Heimgekommene. Genau. Bestes Beispiel für komm, bleib, also selber so eine, die wieder zurückgekommen ist. In Wien habe ich in der Bundesregierung gearbeitet, wie der Harald Mahrer Wirtschaftsminister war, jetziger WKO-Präsident und war da ein bisschen über drei Jahre im Team. Und ja, nutzt man jetzt für den Job, den ich jetzt mache, natürlich schon sehr viel. Ich habe damals sehr viel gelernt, auch über mich persönlich. Irgendwann war dann der Punkt da, wo man einfach sagt, okay, daheim ist halt daheim. Und nach zehn Jahren in der Politik ist es sehr erfreulich, endlich was Regionales, Nachhaltiges tun zu können, wo man einfach auch Erfolge sehen, spüren und greifen kann. Das klingt ja spannend. Komm, bleib heißt das Programm oder die Initiative, was ist das? Komm, bleib ist in einfachen Worten ausgedrückt eine Wirtschaftsinitiative für Unternehmen aus dem Pinzgau für den Pinzgau. Wir konzentrieren uns inhaltlich auf drei Schwerpunkte. Das ist das ganze Thema Lehre, das Netzwerken, B2B-Geschichten. Also wir connecten unsere Partnerunternehmen. Wir veranstalten dazu viermal jährlich Netzwerktreffen und zweimal im Jahr eine sogenannte Unternehmerwerkstatt, die immer mit einem inhaltlichen Hintergrund bespült wird. Und das dritte Thema ist das ganze Mitarbeiterbindungswesen, weil das ja einfach das neue Recruiting sein wird. Auch wenn wir den Satz jetzt schon oft gehört haben, er stimmt leider wirklich. Und dazu haben wir entwickelt ein regionales Kompetenzpaket, wo einfach 15 individuelle Pakete drinnen geschnürt sind, passend für jedes einzelne Partnerunternehmen, das frei wählbar ist. Ob das jetzt eine Teambuilding-Maßnahme ist, ob das was für Führungskräfte ist. Mentale Gesundheit finde ich persönlich wahnsinnig wichtig. Da sollte man viel, viel mehr drauf schauen. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Wir schauen einfach, dass wir für unsere knapp 300 Partnerunternehmen branchenübergreifend das Bestmögliche auszuholen können und da einfach in vielen Dingen unterstützen. Bevor wir auf die Programme ein bisschen eingängen, würde ich noch gerne fragen, wie sind die Systeme entstanden? Aus welcher Initiative rauskommt das, dass es kommen bleibt? Es war ursprünglich eine Leader-Förderung. Das war vor meiner Zeit. Genau, es war ein Leader-Projekt. Und mittlerweile ist es aber so, dass wir uns eigentlich zu 85 Prozent komplett eigenständig rein aus den Partnerunternehmen finanzieren und der Rest wird kofinanziert vom Land Salzburg und von der Wirtschaftskammer Salzburg. Du bist jetzt seit fünf Jahren dabei, hast du gesagt. Wie siehst du die Entwicklung? Ich denke, das ist immer spannend zu sehen. Aha, vor fünf Jahren war es, jetzt ist es so. Und in zehn Jahren, wie wird es da sein? Vielleicht kannst du das ein bisschen mit uns teilen. Das ist eine sehr spannende Frage. Gerade in den letzten fünf Jahren hat sich wahnsinnig viel getan. bei Kombleib. Für die, die das im Vorfeld schon gekannt haben, allein wie wir uns nach außen hin verändert haben, inhaltlich sowieso. Also es war ja bis vor ein paar Jahren einfach eine reine Job-Plattform mit einem einzigen Hintergrund quasi. und jetzt sind wir ja einfach inhaltlich viel, viel breiter aufgestellt und auch mittlerweile ein viel, viel größeres Netzwerk und wir wollen einfach was bewegen. Wir wollen Denkanstöße setzen, wir wollen bewusst ein bisschen provozieren in verschiedensten Dingen und einfach schauen, dass wir das Beste ausholen können. Ich falle gerade ein. Es gibt ja so einen Spruch, das heißt, Lernen ist nur möglich, abseits der Komfortzone. Also insofern provozieren ist immer gut. Das stand mir auch im Innergebirge. Du hast erzählt vorher, dass ihr auch in den Bangau gehen wollt und in den Dänengau den nächsten Schritt. In Bangau sind wir jetzt gerade. Was würdest du deinem Bangau-Unternehmen sagen, warum das cool ist, wenn er da irgendwie dazugeht? Im Bangau-Unternehmen würde ich sagen, dass wir das in Pinzgau schon seit fünf Jahren erfolgreich umsetzen, wir das gerne auf den Pongau und auf den Dänengau in dem Fall oder nicht übertragen möchten. Wenn du Themen hast mit Mitarbeiterbindung, mit Mitarbeiterfindung, mit Nachwuchskräften in den verschiedensten Optionen, Lehrlinge, was auch immer. Du aber vielleicht auch aus deiner eigenen Komfortzone ein bisschen außerwüßt, vielleicht aus deinem eigenen Blickwinkel, den du mal manchmal ein bisschen verändern magst. Unser Netzwerk ist groß, kann auch in Pongau groß werden und ich glaube, dass der branchenübergreifende Austausch in vielerlei Hinsicht immer nur ein Vorteil sein kann, weil man, glaube ich, voneinander und miteinander wesentlich viel lernen kann. Es braucht halt eine gewisse Offenheit für alle dann, oder? Genau, es braucht einfach eine gewisse Offenheit. Die hat sich aber auch in Pinzgau bewiesen, sage ich jetzt einmal, weil da sind wir ja auch gerne alle vorher ein bisschen skeptisch und sagen, nein, was ist das und da muss ich ja was zahlen. Ja, es ist ein sehr geringer und ein sehr überschaubarer Mitgliedsbeitrag im Jahr und es steht jedem frei, wofür sie aus diesem Netzwerk rausnehmen. Ich kann zu den Veranstaltungen gehen, ich muss da nicht hingehen. Ich kann einfach nur das unterstützen, haben wir auch einige in der Region, die sagen, ich habe zwar nicht wirklich Zeit für das, aber ich finde das eine total coole Initiative und für die paar hundert Euro im Jahr unterstütze ich das gern. Und dann bist du im Pool mit dabei, du kriegst immer alles mit, du bist up-to-date und du kannst dann völlig frei entscheiden, was nehme ich mir aus dem raus und was nicht. Eins von den Themen, was mir gerade einfallen, was ja oft bei den Unternehmern ist, ist, dass sie sich sozusagen fürchten, dass mir dann meine guten Kräfte weggenommen werden oder beziehungsweise, dass ich dann irgendein Wissen hergebe, was ich eben nicht will, dass das ein anderer kriegt. Das wärst du ja öfters hören wahrscheinlich. Das höre ich öfter und das ist genau das, wo ich mir am liebsten nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen darf, weil ich das nicht nachvollziehen kann oder zumindest es nur sehr bedingt nachvollziehen kann, weil, um auf die erste Frage einzugehen, wenn ich mich fürchte, dass meine Leute weggängen oder angewommen werden, dann mache ich vielleicht irgendwas nicht ganz richtig, weil, wenn ich alles richtig mache oder zumindest sehr bemüht bin, auch außerhalb von meiner Komfortzone denke, vielleicht einen oder zwei Schritte weiter gehe, als vielleicht auch andere das tun, dann glaube ich, bin ich auf einem guten Weg. Das Zweite, also das ist sehr passend, weil wir haben vor drei Wochen unsere Unternehmerwerkstatt gehabt mit dem Thema Zukunft lehre Pinzgau von und miteinander lernen und wir haben da in in dem Fall ein Panel gehabt mit vier Führungskräften aus unterschiedlichen Partnerunternehmen von uns, die sehr, sehr gerne bereit waren, ihr Know-how und ihr Wissen mit dem Kompleib-Netzwerk zu teilen. Also das ist innerhalb von Pinzgau, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, so wie ich das jetzt wahrnehme, schon viel, viel besser geworden, weil man einfach sieht, okay, man kann gemeinsam wesentlich mehr bewegen, als wir einen allein. Und der nächste Schritt ist ja auch, wo ich dann wieder weiterdenke, ich bin heute das Unternehmen auch immer nur so gut, wie meine Leute sind. Also wenn ich nicht auf meine Leute schaue, werden die irgendwann nicht mehr so performen können, wie ich das gern hätte, wie das für sich gut ist und wie es für das Unternehmen gut war. Also es schließt sich der Kreis ja immer wieder und ich glaube, dass man von anderen schon sehr, sehr viel lernen kann. Und man muss ja das Radl nicht immer neu erfinden. Also es gibt ja viele Sachen, die vielleicht nicht eins zu eins in jedem Unternehmen so anwendbar sind. Aber wenn ich da an ein paar Schrauben vielleicht ein bisschen traue, dann kann ich das für mich oder für mein Unternehmen in meinen Rahmenbedingungen ja so gestalten, dass das auch für mich passt. In meiner Erfahrung ist es ja sowieso eher so, dass man aktuell eher das Problem hat, dass man das Wissen gar nicht mehr kriegt oder das Wissen einfach verloren geht. Gerade im handwerklichen Bereich hat man einfach das Problem, dass viele erfahrene, ältere Mitarbeiter in Pension gehen oder sie einen sogenannten leichteren Job suchen. und da hat man viel, viel Wissen, was verloren geht. Und ich denke, es ist eher das Problem, überhaupt Fachkräfte zu haben, Gude, als wir irgendein Wissen zu vermitteln, also Geheimnisse zu vermitteln, um das einmal so zu nennen. Das ist ein Punkt. Und das Zweite, was ich mir denke, ist eben auch, dass dieses untereinander Lernen gerade im Handwerksbereich wie jeden anderen Bereich extrem wichtig ist, weil man könnte vielleicht dann auch so ein Zeitmanagementmodell oder was machen, weil man hat ja oft das Thema, der muss viel Überstunden machen und bei der anderen Firma wäre gerade einer frei, der da mitarbeiten könnte. Also da könnte man mit intelligente Systeme sehr, sehr viel auch an letztendlich Kosten sparen. Mitarbeiter-Sharing etc. Mitarbeiter-Sharing. Auch das Thema der Offenheit, glaube ich, ist, was heutzutage ganz anders zu sehen ist, als wir noch von früher, wenn man sich die ganzen Themen im Internet anschaut. Ich habe jetzt gerade, das ist, finde ich, ein super Beispiel, da gibt es so eine Seite, wo Sie diesen Rubikwürfel lösen. Und da gibt es neue Bewegungen, wie der funktioniert. Und da denke ich mir, in unserer Kindheit hat es das natürlich alles nicht gegeben, da ist jeder selber irgendwie draufgekommen, hat jeder selber draufgekommen müssen oder hat das selber probieren müssen oder hat einen Freund gefragt und das war totaler Wahnsinn, wenn du den lösen hast können. Heute schaue ich einmal rein, dann zeigt mir das, fertig, erledigt. Und darum glaube ich eben, dass dieses Wissen behalten in der Region ganz ein wichtiges Thema ist, weil wir einfach eher aufpassen müssen, dass wir es verlieren und eben dann nicht nur aus der Region verlieren, sondern überhaupt verlieren, weil es viel handwerkliche Tätigkeiten gibt, die einfach nicht mehr gemacht werden. Ja, und der Erfahrungsschutz ist ja dermaßen wertvoll. Das wird ja auch oft noch so ein bisschen noch nicht so gut erkannt, wie ich das gerne hätte. Also da ist sicher noch viel Luft nach oben. Ja, das klingt alles super. Du hast gesagt, der Mitgliedsbeitrag ist überschaubar. Kann man das sagen, wie viel der ist? Natürlich. Also es ist nach Unternehmensanzahl oder Größe, Mitarbeiteranzahl im Unternehmen gestaffelt. Wir starten bei 200 Euro und hören bei 950 Euro jährlich auf. Da ist alles drinnen. Jobs, die man übers Jahr verteilt. Lehrstellen, die man übers Jahr verteilt. Ausschreiben wir auf unserer Plattform. Teilnahme an die Netzwerktreffen, an der Unternehmerwerkstatt. Das ist alles in dem Package inbegriffen. Das einzige, was dann extra zum draufzuhören ist, wenn man jetzt irgendein Coaching machen will, irgendeine Weiterbildungsmaßnahme in die Mitarbeiterbindungsthemen. Die wir aber dann durchaus sehr nahe legen, weil es einfach wichtig ist. Ich habe ja das Vergnügen gehabt, bei einem Teambuildings-Event dabei sein zu dürfen. Führungskräfte Nachwuchs, genau. Führungskräfte Nachwuchs und ich habe festgestellt, dass sehr engagierte Leute sind und die natürlich die gleichen Probleme wie alle anderen haben. und in dem Team hat sich innerhalb von dem Tag extrem viel verändert, ist mir aufgefallen. Auch in der Beziehungsebene, weil sie einfach gemerkt haben, es geht jedem gleich. Und ich finde, das ist eine wichtige Funktion von so einem System, wo man sich trifft, ist einfach diese Gemeinsamkeiten zu erleben. Ich bin nicht allein. Ja. Und das ist mir aufgefallen. Und da würde ich dich eben auch fragen, was da die Rückmeldungen sind oder wie verteilt sich das dann quasi auf die Firmen? Kommen immer neue dazu, die bei diesen Führungskräften dabei sind? Und was sagen die, die was schon einmal warnt im Nachhinein dann? Also das Feedback von den, die was Zeit genommen haben, war ausgesprochen positiv. Das ist jetzt der zweite Durchgang, den wir haben, weil wir machen es ja erst seit zwei Jahren. Wir starten es immer mit dem Jahresanfang. Es sind in dem Fall beim Führungskräfte-Entwicklungsprogramm vier Module inklusive einer Abschlusspräsentation vor einem Projekt, das innerhalb von den vier Workshop-Tage ausgearbeitet wird. Also ich habe volle Begeisterung gespürt. Und ich glaube, dass das in dem Fall auch die Beatrix Mitterweissacher wahnsinnig gut macht. Mit der arbeite ich wirklich gut und sehr gerne zusammen. Es haben sich alle wahnsinnig viel daraus mitgenommen. Und es ist genau das, was dann eigentlich, wo ich mir denke, passt. Haben wir was richtig gemacht? Wir sind auf einem guten Weg. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir das dann auch weiterhin so fortführen können. Und ich denke, was mir auch gut gefällt, nicht nur weil ich selber ein Trainer bin, aber die Beatrix ist ja auch eine, die war auch schon bei uns jetzt da. Aber die Beatrix ist auch eine, die weiß, was sie sagen will. Und die ist auch ein Vertritt. Und sie ist sehr engagiert. Und sie fordert auch die Leute und fördert die Leute. Und das ist etwas, was ganz positiv ist. Und ich finde auch dieses, weil man oft über Role Models redet. Ich finde das auch super, so quasi jetzt nicht nur in der Region quasi die Teilnehmer zu haben, sondern auch Leute, die Erfahrung haben, auch aus der Region zu haben. Weil da kann man einfach auch sagen, wir haben alles da, was wir brauchen. Wir müssen nicht nach Amerika schauen, wo alles so super cool ist. Sondern bei uns ist es auch super cool und entwickelt sich genau gut. Ja. Wo siehst du das System in zehn Jahren? Ehrlicherweise ist es für mich was, was ich in sehr, sehr vielen ländlichen Regionen in ganz Österreich sehe. Weil in Pinsgar haben wir jetzt gesagt, dass das sehr gut funktionieren kann. Der Pinsgar ist nicht die einzige Region, die mit diesen Problemen kämpft. Das sind ganz viele andere Regionen und auch ganz viele andere Bundesländer. In Österreich, es ist nicht nur Salzburg oder Innergebirge, sondern da brauchen wir nur da auch weiter über die Grenzen hinausschauen. Die struggeln mit dieselben Geschichten. Und deswegen, ja, im besten Fall sind wir in zehn Jahren österreichweit ausgerollt. Normalerweise hören wir da bei Weltherrschaft, gell? Ja, wir wollen jetzt einmal ein bisschen langsam anfangen. Das ist auch schon gut. Nie, du hast es auch einmal. Nein, Spaß beiseite, aber es ist eine coole Geschichte und sie hat es auch verdient, dass sie erfolgreich wird, glaube ich. Gibt es Unterschiede in den Regionen? Das finde ich noch spannend herauszufinden. Oder denkst du, im Prinzip ist das überall gleich? Von den Strukturen her, meine ich jetzt auch. Also das Grundprinzip, glaube ich, ist überall relativ ähnlich. Natürlich muss man sich dann im Detail anschauen, wo jetzt was vielleicht ein bisschen besser funktionieren kann oder vielleicht weniger gut funktioniert. Also das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Das kann ja leben. Das darf sich verändern. Das soll sich auch verändern. Das soll auch weiterhin wachsen und sich weiterhin entwickeln. Also wir stehen ja jetzt nicht an, sondern wir wollen einfach nur sagen, hey, es geht auch so. Probiert das. Es macht Sinn und wir unterstützen gern. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Das ist immer gut, wenn man... Ich finde das immer spannend und super, wenn man jetzt nicht von einem Geschäftsmodell in dem Sinne jetzt dahinter sieht und einfach, wo es nicht nur darum geht, jetzt möglichst viel zu verdienen. Und das kommt bei dir einfach ganz klar um, dass es um die Leute geht, dass das ein System ist für die Leute. Und insofern finde ich das cool und super. Und ich habe jetzt mir gedacht, dass ich eigentlich alles gehört habe, was ich so wissen wollte von dir. Das gefreut mich. Gott sei Dank. Möchtest du noch was sagen? Was sagst du, das möchte ich noch loswerden? Für alle Pongauer und Tenengauer, Unternehmerinnen und Unternehmer, die diesen Podcast hören. Ab 25 ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich soweit, dass wir auch in euren Regionen sein werden. Wenn es vorab schon Interesse gibt, Fragen gibt oder so, darf ich gleich ein bisschen Werbung machen, bitte. Gerne jederzeit melden. Wir freuen uns über jede und jeden von euch, die dort Teil unseres Netzwerks sein möchten und das im Pongau und im Tenengau genauso gut aufbauen möchten, wie wir das in Pinzga gemacht haben. Cool. Jetzt ist mir zum Thema Gesundheit doch noch was eingefallen. Bitte. Schürslos. Weil das Thema Gesundheit und Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance, wie man heute oft spaßesvoller sagt, in aller Munde ist. Was gibt es da für Themen, die dich beschäftigen? Ja, Mitarbeitergesundheit, glaube ich, wenn wir dann schon ganz im Thema drin sind, ist ein wesentlicher Faktor. Also ich erlebe das auch ganz oft, habe ich persönlich auch schon erlebt, kann ich da jetzt auch gerne dazu sagen. Ist auch nichts, wo man, glaube ich, das irgendwie hinter vorgehaltener Hand kommunizieren muss. Es ist einfach ein Thema. Mentale Gesundheit, brutal wichtig, wird auch in Zukunft noch sehr, sehr, sehr viel wichtiger werden. Warum sollte nicht jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin einmal oder zweimal im Jahr, wenn sie das Bedürfnis hat, ein Mentaltraining machen können? Ich kann da, glaube ich, präventiv schon sehr, sehr viel dagegen tun, dass gewisse Dinge vielleicht nicht eskalieren müssen. Ich glaube einfach, dass das Thema Mitarbeitergesundheit vielleicht etwas ist, was im ländlichen Raum noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil einfach so das Thema, trink halt einmal ein Bier und wird schon wieder passen, bei den Männern schon immer noch ein Thema ist. Und in Wirklichkeit aber trotzdem viel, viel Klärung. So ein Redebedarf war, und ich merke halt bei den Seminaren oft, wenn ich dann die Leute zum Reden bringe, dann hören sie nicht mehr auf und das erleichtert einfach. Und da haben wir, glaube ich, am Land mehr Nachholbedarf als in der Stadt, weil da einfach das Thema, ich habe immer professionelle Hilfe, ein einfacheres ist. Bin ich sehr bei dir, sehr. Und deswegen ist es mir persönlich wichtig, dass wir das einfach auch innerhalb von unserem Netzwerk noch viel, viel mehr pushen. Wir haben es auch im Kompetenzpaket drinnen, am Mentaltraining. Und ich bin ja dafür, dass jedes Unternehmen einfach so weit ist und so offen ist und so vorausschauend denkt, dass man einfach sagt, man holt sich in-house jemanden ein und gibt einfach die Möglichkeit oder schafft die Möglichkeit, einfach Gespräche zu führen mit Profis, mit Expertinnen und Experten, die einfach in die verschiedensten Themenfelder mit Sicherheit weiterhelfen können. Der Peter Fox singt in ein Liedl so lässig. Jeder hat einen Hund, aber keinen zum Reden. Das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Ja, okay. Dann bin ich jetzt ein... Dann bin ich jetzt ein... Habe ich dich glücklich gemacht. Sehr glücklich. Gott sei Dank. Habe alles der Frag von dir. Gefreie mich viel, dass du da bist bei uns und da warst. Wir werden dir eh noch ein bisschen weiterpladern. Wenn euch, liebe Zuschauer, das gefallen hat, dann gebt uns wieder einmal einen Daumen. Abonnenten brauchen wir nach wie vor. Und was wäre noch gut genau, unser Verein braucht auch Mitglieder. Also da dürft ihr jederzeit Mitglied werden. Und ansonsten bis bald einmal. Fiat euch. of de